So, jetzt fahren wir nach Hampi. Wir sind von Agonda so 370 Kilometer, also auch so zwei Tage Zeit. Wir fahren jetzt hier auf einer M4 Pullet. Ist ganz lustig mit dem Weg zu fahren. Wir sind ein bisschen Oldschool und ein bisschen Fett. Die Straßen sind hier nicht allzu voll. Man kann hier schön fahren. Der Pferd bremst schon wieder. Jetzt muss ich auch mal drum holen. Ah, ist schon falsch zu sein. So, wir kriegen hier das indische Dorfkneipe. Hier kriegen wir schon das Essen geschenkt, weil wir so verhungert aussehen. Aber es ist irgendwie cool hier. Dann fahren wir hier bis zur Ersatzung. Ja, und dann fahren wir weiter. So macht es richtig Spaß zu fahren hier. Geht richtig ab. Und das Essen ist gut. So, nun hier leben wir. Immer schwer durch die Brotanen. Jetzt sind ja die Beben hier. Die sind hier voll da. Aber guck jetzt nicht schön so vorsichtig. Jetzt wird sich gut. So, man kann hier auch mit einem Elefanten reiten, wenn man möchte. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Elefant gleich mal unsere Mobus umkippt hier. Das ist aber ein indischer Elefant. Der hat kleine Ohren. Aber einen ganz langen Rüssel. Aber einen ganz langen Rüssel. Man kann hier auch Elefantendusche machen zur Not. Geht auch. Aber nur wenn man ein schlechtes Gästhaus hat. Ohne Wasser. So. Das ist ganz gut. Jetzt stehen wir am Bahnübergang, damit der Zug kommt. Jetzt werden wir auf den Weg gehen, damit der Zug kommt. So, jetzt sind wir schon in Hoshpett, haben bloß noch zwölf Kilometer nach Hampi, jetzt und jetzt haben wir unsere Mopids hier erstmal zu Diwali geschmückt, weil morgen ist Diwali, jetzt sind sie zwei Tage, dann versuchen wir uns die Weihnachten und Silvester an einem Tag und dann müssen wir unsere Mopids natürlich auch ein bisschen hübsch machen. So, vor mir fällt ein LKW, da hat ein Elefanten geladen, und keine Ladung zu gewinnen, so, der Elefant ist auch schon angekommen, der wird in diesen Tempel hier verfrachtet, fragt mich bloß, wie sie ihn runterkriegen wollen, das wird noch lustig. Musik Musik Das ist ein Pottonikel. Das ist ein Pottonikel. Das ist ein Pottonikel. Das geht ganz alleine. Ja, der hat sich...